Aus der Openair! Aus der Openair! Ja! Vielen Dank für die wunderbare Fürsorge, die wir hier erfahren. Und das alles an einem so tristen Sonntag, was soll man dazu sagen? Wie bist denn an den Job gekommen? Ja, das war ganz zufällig. Ich bin natürlich so ein super sozialer Mensch, der überall mithelfen möchte. Und dann dachte ich mir, Bändchen macht glücklich und ich will mich da. Meine Aufgabe? Bändchen machen glücklich, okay. Hast du denn auch schon mal Leute unglücklich gemacht mit der Lochmaschine? Noch nicht. Ich wurde sehr gut eingewiesen. Sehr gut eingewiesen. Wie lange wurdest du ausgebildet? Bestimmt fünf Sekunden. Fünf Sekunden Ausbildung. Wie viele Finger wurden schon gelocht? Finger? Noch keiner. Noch keiner. Aus der Openair! Bestband nicht! Aus der Openair! Bestband nicht! Aus der Openair! Wegen wem seid ihr heute hier? Ich bin hier wegen Dandeman, um ehrlich zu sein und wegen der Stimmung generell. Ziprohands! Eigentlich Dombustart, aber sie sind ja nicht da, aber deshalb wegen der Stimmung. Ich habe eine Karte geschenkt bekommen. Also ich freue mich besonders auf Dandeman. Die anderen Bands sind natürlich auch toll, aber Dandeman hier in Saarbrücken ist natürlich, ja wirklich, klasse. Bestband nicht! Aus der Openair! ere erfolgreich! Wie gut! Einfach Individual music, so viel Spaß! Das clubs' ein Nuss. Du siehst Discounts, aber mich auch fiel guarantiert! Um zurück! Oben alle also alle 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 alle! Alle 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 alle! Wir wollen uns mal sehen. P message nu da! Oben alle 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 alle! Ja, so weit ist alles gut. Das Wetter könnte natürlich ein bisschen besser sein. Aber macht uns natürlich nichts aus. Sehr gut. Schöne Stimmung. Es ist gut hier. Es ist laut. Zum Glück regnet es nicht mehr. Es macht Spaß. Das ist egal. Man kann es ja alles schön trinken. Gut Wetter oder nicht. Gut vegan, viel Spaß haben. Das stimmt. Ja, es ist ein bisschen nass. Aber eigentlich ganz okay. Die Stimmung ist vorne gut. Sehr gut. Definitiv. Der Eck ist auch super gut. Und so langsam wird es ein bisschen wärmer. Und man kommt in Bewegung. Also es ist echt super. Ich muss aufs Klo. Ich wusste es. Auf 3. Hier sind wir, ihr crazy motherfuckers. Es geht auf 1... 2... 1... 2... 3... 3... 3... 4... 3... 3... 4... 4... 3... Ich verspende mich! ASSERBENEUR! Das kann ich hier mal zeigen. Oha. Ich habe mich extra gut eingedeckt. Oh, Himbeer-Maracuja-Saft. Das ist eine Schleichwerbung. Nö, das ist okay. Da ist ja immer wichtig, dass man seinen Fruchtsaft dabei hat. Vitamine sind wichtig. Das stimmt. Seid ihr gut dabei? Sieht so aus? Ja. Wie haltet ihr euch fit oder warm? Mit Bier. Meine Freundin ist hier. Der Baum. Heißes Teil. Absolut. Und gibt es auch hübsche Mädels hier? Ja, sicher. Hör mal hoch. Wie sieht es mit den Mädels hier aus? Ja, bis jetzt ganz gut. Wenn ich mal so gerade ausschaue. Ich wollte gerade den Mädel anpacken. Dann packt die ein Mikro aus. Die Freundin ein Licht. Und die andere Freundin eine Kamera. Ich bin verwirrt. After Open Air. After Open Air. Ich heiße Lisa. Ja, ich auch. Wirklich? Verrückt. Sonst heißt noch niemand Lisa. Und was ist mit dem Wetter? Macht euch das irgendwie die Stimmung kaputt? Oder ist euch das egal? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ja, 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 ja. Und ich sehe, du bist wettertechnisch perfekt angezogen. Hast du das extra gekauft, oder? Nee, ich war schon auf mehreren Festivals. Unter anderem Rockholdet Schlacko. Und es heißt ja auch immer Rockholdet Macho. Und deswegen habe ich die Gummistiefel schon länger. Wie klein, wie baum ist das Textniveau im Keller. Kommt der letzte Storyteller. Und da gibt's mehr auf die Löffel als beim nächsten Uhr. Regeller. Sind wir jetzt schon so viel schneller. Darb der Unverlagerung. Sind's bei den meisten schon verloren. Dann sag mir und wenn ja. Und dann sag mir und dann sag mir und dann sag mir und dann sag mir,